Jetzt hören Sie mal, Gannon. Ihr Wort steht gegen sieben hochdekorierte Polizeibeamte. Verzeihen Sie mir. Vier. Sie haben ja drei von Ihnen getötet. Ich will Ihnen doch nur helfen. Zwei der Männer, die ihn getötet haben, waren Polizisten. Das ist heute Ihr erster Tag bei uns. Und schon komme ich zu spät. Es ist toll, dass ich meine Ausbildung bei Ihnen machen darf, Sergeant. Die höchste Verhaftungsrate im Dezernat. Willst du mit mir spielen? Das ist wirklich toll, Ross. Sie werden Dinge über Sie sagen, die Sie genauso tief sinken lassen wie all die anderen. Geben Sie einen Fahndungsaufruf für Sergeant Gannon raus. Und Officer Ross. Sie werden versuchen, uns umzulegen. Onkel Frank, hilf uns! Oh nein, Ed! Kann ich bitte einen Kaugummi haben? Wir suchen Frank. Er hat ein paar Polizisten erschossen. Hallo Frank. Sind Sie nicht ein bisschen zu hart mit den Kollegen umgesprochen? Jeder von uns wird hier als freier Mann raus spazieren. Aber Stone ist ein Dummkopf. Ich nicht. Sorry. Sie wollen Gerechtigkeit, stimmt's, Frank? Hier haben Sie Ihre Gerechtigkeit. Ich werde aussagen. Das wollen Sie nicht werden. Diebstahl? Erpressung und Mord? Das nennen Sie nichts?